herzlich willkommen auf meinem kanal heute mal wieder was besonderes aus frankreich das habe ich seit etwa anfang 2020 auf dem schirm jetzt konnte ich nicht mehr widerstehen in der messerschmiede nurand ist dieses innovative litier taschenmesser entstanden das design stammt von cheffrois goutier ein sehr spannender entwurf wie ich finde man denkt unmittelbar an industrie design hier muss ich sogar ein bisschen an ein gürteltier denken und ein bisschen hr giga steckt hier auch drin auf jeden fall ein genialer entwurf von goutier das griff konzept reiht sich auf den ersten blick bei klassikern wie dem duc duc dem otter markator oder neueren modellen wie dem atlas von böcker plus oder dem oxford von balladeo ein der griff besteht bei diesen modellen aus einem stück gefaltetem stahlblech beim nurand wurde sich hier für den x20 ca 13 entschieden das war bekannt als icy 420 die materialstärke des blechs liegt hier bei etwa einem millimeter das ist ausreichend gibt genug stabilität die griff länge beträgt 11,5 cm die griff breite etwa 6 mm ja wirklich schön schlank die handlage ist gut hier ist alles schön abgerundet wenn man dann doch mal fester und länger arbeitet empfehlen sich dann aber doch handschuhe die unterseite drückt hier schon rein das ist bei all diesen modellen so bei schlankeren modellen das kann man wohl nicht ändern hier hinten befindet sich ein lanyard hole mit vier millimeter innendurchmesser das ist auch schön clip gibt es keinen das ist bei klassikern öfter der fall stört mich jetzt nicht jetzt zu den besonderheiten im hinteren bereich des griffes befinden sich hier kleine einschnitte und die ermöglichen dieses leicht abfallende design moment ich finde das wirklich schön gemacht also man kann hier durchleuchten ich kenne kein einziges messer wo man sowas schon mal gesehen hat ja dann gibt es hier noch etwas sehr bemerkenswertes wir haben einen integralen backlock beziehungsweise mit lock man sieht hier das gelenk und das hier ist die feder man kann dann erkennen wenn man hier so drauf drückt löst sich die klinge man kann sie einklappen und das ist wirklich einzigartig gemacht also es gibt hier kein seitliches spiel kein auf und abspiel wir haben hier gerade mal insgesamt fünf teile bei dem messer also zwei washer dann die klinge achse den griff und die klinge und hieraus dann einen funktionierenden backlock zu zaubern das ist wirklich genial kann man nicht anders sagen also definitiv eine meisterleistung das ist ich kann es nicht anders sagen ich wiederhole mich eine geniale konstruktion kommen wir zur klinge normalform also rückenspitz klingen breite 3 mm klingen höhe 20 mm klingen effektiv 90 mm wir haben hier einen sehr fein ausgeführten flachschliff der wurde komplett hochgezogen läuft auf schneidfreudige 0,3 mm hinter der schneidphase aus also ein wirklich sehr guter wert klingen steil ist der 14 c 28 n gehärtet auf 59 bis 60 h ac für mich ist das eine der besten rosträgen budget stelle die es gibt hier ist noch eine kleine schleifkabel das klingen finish ist satiniert es gibt kein nagelhau das finde ich wirklich mal sehr schön man öffnet das messer über den pinch grip wir haben hier im griff eine konkave ausformung das heißt man kann den klingenrücken wirklich schön greifen die klingen beschriftung ist jetzt nicht so klein dafür aber sehr ästhetisch le tiere par virante in einer schönen schrift an der klingenwurzel steht noch us pad 10 710 253 das ist ein patent hinweis auf den von gotti erfundenen integralen backlock beziehungsweise mit lockt der wurde ja hier aus dem stahlblech ausgelasert also wirklich gut gemacht eine ausgeklügelte konstruktion das gab es so vorher noch nicht ansonsten läuft die klinge auf bronze waschern das kann man hier erahnen ja die wären vielleicht gar nicht unbedingt nötig gewesen mit diesen waschern besteht das messern wie vorhin schon mal erwähnt aus fünf bauteilen ohne werden es drei das ist so oder so sehr minimalistisch die vernietung der klingen achse geschieht noch in handarbeit man kann hier die hammerschläge noch erkennen also das ist auch eine schöne sache ja insgesamt ist das eine sehr sehr elegante linienführung sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen zustand also gefällt mir außerordentlich gut zu erwähnen wäre noch das gewicht wir liegen hier gerade mal bei etwa 52 gramm für ein messer in dieser größe ist das ein erstaunlicher wert zeit fürs fazit mein fazit mir gefällt das konzept hinter dem lirand dieses ausgeklügelte verriegelungssystem der gesamte look das lirand gibt es mit etlichen grifffarben hier wurde ein leicht strukturierte epoxylack aufgebracht das ist eine angenehme haptik es gibt auch eine unbehandelte beziehungsweise unlackierte griff variante beim klingenstahl wird neben dem 14 c 28 m noch der xc 75 carbonstahl angeboten das ist für manchen vielleicht auch interessant die verarbeitungsqualität ist etwas rau man sieht es hier in der spiegelung bei der klinge ja aber dennoch es ist alles extrem passgenau gearbeitet man darf nicht vergessen hier steckt auch einiges an handarbeit drin also wirklich ein tolles messer die verpackung möchte ich euch auch ganz kurz zeigen einfach eine art simpler umschlag aus pappe hier sieht man noch das modell cutter letztendlich das gleiche griffkonzept auch dieser backlock aber halt hier mit einer cutter klinge oder sheep food klinge wie man möchte zum preis das lirand kostet etwa 48 euro das modell cutter liegt glaube ich etwa bei 60 euro was soll man sagen das ist wieder ein besonderes und ungewöhnliches messer ein wirklich geniales messer aus frankreich da gibt es so viele also da muss man wirklich sagen frankreich und messer das passt einfach sehr gut zusammen ja das war es dann auch schon vielen dank für eure aufmerksamkeit alles gute bleibt gesund bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal